Moin ihr Füchse! Falls ihr schon mal ein Bullet-Held-Spiel programmiert habt, dann kennt ihr das wahrscheinlich. Ihr erzeugt sehr viele Kugeln, die aber auch wieder gelöscht werden müssen und manchmal fängt das Spiel so ein kleines bisschen an zu ruckeln. Dahinter verbirgt sich, dass das teuerste in einer Game Engine ist, dass man ein Objekt instanziieren muss und auch wieder löschen. Falls ihr das Problem also kennt, dann ist mit diesem Video eine kleine Abhilfe da, denn ich zeige euch heute, wie man Object Pooling in Unity nutzen kann. Viel Spaß, los geht's nach dem Intro! Zum Start für dieses Video habe ich hier ein kleines Beispielprojekt mitgebracht. Wir sehen hier einen kleinen Klon von dem typischen Space Invaders. Wenn ich jetzt hier auf Start drücke, werden uns kleine Gegner hier gespawnt, die auf uns zufliegen und uns natürlich auch beschießen. Wir sehen jetzt hier auch links in der Hierarchie in Unity, dass ständig Gegner erzeugt werden und auch die Schüsse, mit denen wir beschossen werden. Wir selber können natürlich auch zurückschießen, um den Gegner zu zerstören. Für die Demo kann uns der Gegner jetzt allerdings selber nicht zerstören. Was jetzt hier natürlich zur Laufzeit permanent passiert ist, dass neue Objekte instanziiert werden und wenn wir sie nicht mehr benötigen, auch wieder gelöscht werden. Wenn wir einmal auf unsere Editor-FPS schauen, dann sehen wir, dass wir jetzt ungefähr ja so 370, 380 Frames pro Sekunde haben, manchmal 360, je nachdem wie viele Objekte gerade erstellt werden müssen und auch wieder gelöscht werden müssen. Wie eingangs erwähnt, hat das Ganze natürlich einen Impact auf unsere FPS, denn das teuerste in einer Game Engine, was man so machen kann, neben einer Endlosschleife natürlich, ist, dass wir Objekte instanziieren und auch wieder löschen. Denn es muss Speicher reserviert werden und auch wieder gelöscht werden. Das dauert einige Zeit. Bei vielen Objekten kann man das oftmals merken, dass es dann gewisse Leg Spikes in einer Anwendung gibt, sprich die Anwendung bleibt ganz kurz stehen, erzeugt alle Objekte und das Ganze geht weiter. Damit wir dieses Problem eben nicht in unseren Spielen haben oder auch generell in Anwendungen, die viele Objekte managen müssen, können wir eben einen sogenannten Objektpool benutzen. Sprich wir erzeugen Objekte vorab und benutzen sie dann, wenn wir sie brauchen. Und genau das wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Wir starten die Implementierung in unserer IDE. Hier links sehen wir schon mal den Baum, wie es aktuell aufgebaut ist. Wir haben einen Ordner Game, Enemy Laser und eben hier den Objektpool. Den wollen wir jetzt einmal befüllen. Wir starten damit, dass wir eine neue Klasse anlegen, die ich jetzt einfach mal ja Objektpool nenne. Unser Objektpool muss als allererstes jetzt einmal das Objekt wissen, was es poolen soll. Sprich wir brauchen ein Game Objekt, nämlich das ObjectToPool. Dann muss es wissen, wie viele Instanzen wir von diesem Objekt wir bereits anlegen möchten. Das speichern wir in einer Variable, pre-warm amount. Dann möchten wir wissen, ob wir den Objektpool expanden können. Was das genau bedeutet, schauen wir uns dann an, wenn wir die entsprechende Stelle implementieren. Unser Objektpool braucht auch mal einen Namen, damit wir ihn später referenzieren können. Und wir müssen die Liste aller erzeugten Game Objekte wissen, damit wir diese dann eben managen können. Das speichern wir einfach mal in einem Feld mit dem Namen Items, nämlich in einer Liste von Game Objekten. Das Ganze, damit wir es später nachher im Unity Editor sehen können, markieren wir als Serializable. Wobei wir die Liste der erzeugten Dinge nicht sehen möchten, die markieren wir einfach als Non-Serialized. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Klasse ObjectPool und die weiß jetzt eben, welches Objekt gepoolt werden soll, wie oft es vorerzeugt werden muss, ob wir ihn später erweitern können. Was dann prinzipiell einfach bedeutet, wenn ich mehr Objekte benötige, als unser Pool hat, dass er eben zur Laufzeit dann einfach neue Objekte davon erzeugen kann. Und wir brauchen einen Namen, damit wir ihn eben referenzieren können. Als nächstes benötigen wir ein neues Mono-Behavior, nämlich wir brauchen jetzt noch eine Klasse, die unsere Objektpools managen kann. Deswegen erzeugen wir eben den Objektpool-Manager. In diesem Objektpool-Manager benötigen wir jetzt ein öffentliches Feld, nämlich eine Liste aller Objektpools. Die nennen wir auch einfach mal Pools. Dann werden wir ein Poor-Mans-Singleton implementieren, damit wir nachher einfacher darauf zugreifen können, was wir jetzt eben nur mal für diese Demo hier machen, um einfacher damit arbeiten zu können. Dazu legen wir ein neues statisches Feld an von dem Typ Objektpool-Manager mit dem Namen Instance und wir nutzen die Start-Methode, um die Instance jetzt einfach zu setzen, nämlich auf das Objekt, was eben erzeugt wurde. Als nächstes wollen wir jetzt alle Objektpools durchlaufen und die Objekte eben erzeugen. Das könnten wir jetzt hier direkt in Start machen, aber ich finde es schöner, wenn wir hierfür eine eigene Koroutine nutzen. Die wollen wir uns jetzt einmal anlegen. Dazu gibt es eine neue Methode mit Rückgabe bei IE Numerator und wir nennen sie einfach mal Pre-Warm Objects. In unserer Start-Methode werden wir jetzt diese Koroutine einmal aufrufen. Start Koroutine mit Pre-Warm Objects. Damit wir ein kleines bisschen was sehen, legen wir mal eine neue Log-Ausgabe an. Pre-Warming Object Pools. Wenn wir fertig sind, wollen wir eine weitere Log-Ausgabe erzeugen, nämlich mit Pre-Warming Done. Warum wir jetzt einfach mal rausloggen und warum es eine Koroutine ist, wir könnten daraus später einfach einen kleinen Ladescreen bauen, damit man einfach sieht, wie lange das Spiel noch braucht, um eben zu laden und auch die Objektpools vorzuwärmen. Als nächstes werden wir jetzt all unsere Pools durchlaufen. Dazu brauchen wir ein ForEach War Pool in Pools und geben nochmal eine Log-Ausgabe aus und teilen eben mit, dass wir jetzt den Objektpool Pre-Warming Object Pool und zwar den Pool.Name eben vorwärmen mit den Objekten. Jetzt brauchen wir eine Schleife, die die Anzahl der Objekte erstellt. Dazu machen wir eine Zellvariable von i gleich 0 mit i kleiner Poolpunkt Pre-Warm Amount und i++, sprich immer eins weiter gehen und erzeugen jetzt dann hier gleich ein Objekt. To-Do Objekt erzeugen. Hier drin machen wir noch einen Yield Return Null, sprich, dass wir pro Frame ein einziges Objekt erzeugen. Wir können natürlich auch mehrere Objekte pro Frame erzeugen, allerdings wollen wir vielleicht den Spieler eben einen Ladebalken anzeigen, damit er weiß, wie lange das Ganze noch gehen wird und dazu müssen wir einfach immer wieder ein kleines bisschen die Steuerung an Unity übergeben, was wir eben mit einer Co-Routine machen können. Um das Objekt zu erzeugen, entwickle ich jetzt noch eine zweite Methode, die nenne ich mal Private Game Object und zwar nennen wir die Create Instance and Add to Pool und zwar braucht die hierfür den Objekt Pool mit dem Namen Pool. Dann erzeugen wir eine Instanz, nämlich jetzt nutzen wir das echte Instantiate von Unity, gehen zu unserem Pool und sagen, wir würden gerne das Objekt to Pool einmal instanziieren. Damit es jetzt nicht losläuft, müssen wir es mit Set Active auf False setzen, sprich wir deaktivieren das Objekt, was wir eben erzeugt haben, es soll ja noch nichts tun, es soll ja einfach nur mal in unserem Pool liegen. Damit unser Pool jetzt auch weiß, dass wir dieses Objekt erzeugt haben, fügen wir es in unsere Itemliste einfach hinzu. Und damit wir es nachher einfacher nutzen können, geben wir es jetzt auch einfach mal noch zurück. Gut, diese Methode können wir jetzt eben hier unten einmal aufrufen, nämlich Create Instance and Add to Pool, geben unseren Pool rein. Hier sind wir jetzt noch nicht an der Rückgabe interessiert, die werden wir aber gleich benötigen. Jetzt haben wir hier gesehen, wie wir Objekte in unseren Pool legen können, wir müssen sie auch wieder herausbekommen. Dazu lege ich jetzt eine neue Methode an, die ist jetzt öffentlich mit dem Rückgabetyp von GameObject, ich nenne sie mal Get, und als Name geben wir den Namen des Pools an. Man könnte jetzt natürlich auch über irgendwelche Objektreferenzen gehen, man könnte sich einen Inam basteln oder andere Möglichkeiten, um einen Objektpool zu referenzieren. Der Einfachheit halber machen wir jetzt eben mal ein String und geben einfach diesen Namen rein, um eben unseren Pool zu finden. Damit wir den Pool finden können, gehen wir jetzt zu allen unseren Pools, nutzen einmal First or Default und suchen uns einfach heraus, nämlich der Pool mit dem Namen, mit dem Namen, den wir übergeben. First or Default gibt eben den ersten Pool mit dem Namen zurück oder Default, falls er nicht gefunden wird, und Default ist in dem Fall Null. Das heißt, wir prüfen, wenn wir keinen Pool bekommen haben, ja, dann loggen wir auf jeden Fall mal einen Error raus, denn jetzt stimmt tatsächlich irgendwas nicht, und wir geben hier mal an, Object Pool for Name Not Found, damit wir einfach unsere IDE sehen, beziehungsweise wir einfach in Unity sehen, wenn unser Objektpool nicht gefunden wurde. Und dann returnen wir auch am Ende einfach wirklich Null, denn es gibt kein Objekt, was wir jetzt zurückgeben können. Weiter geht das Ganze, wenn wir diesen Pool gefunden haben, dass wir aus dem Pool jetzt eben ein Item suchen, nämlich wir gehen zu allen unseren Items in diesem Pool und suchen jetzt mit First or Default ein Item raus, was nicht aktiv ist. Active in Hierarchy. Das heißt, wir holen uns das erste Item aus diesem Pool, was noch deaktiviert ist, denn wir wollen das ja dann nutzen, um es eben aktivieren zu können. Falls wir jetzt ein Item gefunden haben, ja, dann können wir es ganz einfach zurückgeben. Falls wir jetzt kein Item gefunden haben, haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen prüfen wir, ob unser Pool eine Expandierung erlaubt. Falls dem nicht der Fall ist, dann returnen wir einfach Null. Falls unser Pool jetzt eben erlaubt, zur Laufzeit noch weitere Objekte zu erzeugen, dann rufen wir auch wieder unser Create Instance and Add to Pool auf und fügen eben noch ein weiteres Item in den Pool ein. Das macht beispielsweise Sinn, wenn wir Kugeln schießen wollen, wenn wir einfach nur zehn Kugeln in unserem Objektpool hätten und wir möchten die elfte Kugel schießen und wir könnten keine Kugel mehr schießen, wäre das vielleicht ein bisschen komisch. Deswegen zur Laufzeit wollen wir bei gewissen Opools einfach die Möglichkeit haben, noch weitere Objekte zu instanziieren. Und das können wir eben mit diesem Can Expand dann ein- und ausschalten, je nachdem, ob wir es benötigen oder nicht. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt unser Spiel noch ein kleines bisschen anpassen. Es gibt eine Klasse, den Enemy Spawner, der dafür sorgt, dass nach einer gewissen Zeit immer wieder neue Gegner gespawnt werden. Das hat er bisher eben mit dem Instantiate gemacht und genau davon wollen wir jetzt eben wegkommen. Damit wir jetzt eine Instanz bekommen von unserem Gegner, werden wir mal eine Variable anlegen, nämlich den Enemy und gehen jetzt zu unserem Objektpoolmanager.instance und gehen einmal zu Get und sagen, wir würden jetzt gerne einen Gegner erhalten. Wenn wir jetzt diesen Gegner nicht erhalten sollten, Enemy, dann machen wir auch einfach nichts. Falls wir einen Gegner erhalten, dann müssen wir jetzt eben das machen, was wir hier unten im Instantiate gemacht haben. Wir sitzen nämlich die Position und die Rotation auf Identity. Die interessiert uns dann tatsächlich erstmal nicht, aber wir benötigen die Position von zuvor. Sprich, wir gehen zu unserem Spieler, zu unserem Enemy, sagen einmal hier, Transform.position ist eben der Wert von zuvor. Und ganz wichtig, jetzt müssen wir es aktivieren. SetActive, nämlich auf True. Dann können wir unser Instantiate hier unten komplett rauslöschen, denn wir müssen selber nicht mehr instanzieren, sondern wir nutzen eben ein Objekt aus unserem Objektpool. Als nächstes werden wir den Enemy Controller anpassen, denn dieser hat in einer Update-Funktion einfach eine Prüfung, ob der untere Part des Bildschirms erreicht wurde und zerstört dann eben unser Spielobjekt. Das muss in dem Fall nicht mehr sein, sondern wir müssen dieses Gameobjekt nur noch deaktivieren. Ganz wichtig, wenn man es zerstören würde, würde es nachher zu einem Fehler kommen, weil versucht wird, ein zerstörtes Objekt wieder genutzt zu werden und dadurch gibt es dann eine schöne Null-Reference-Exception. Könnte man auch in den Pool implementieren, dass es null Objekte erkennt, aber in diesem einfachen Fall gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wir wissen, was wir tun. Das nächste, was wir anpassen müssen, ist unser Laser. Hier schaut es ähnlich aus. Im Laser selbst ist eine Trigger-Methode drin, die jetzt eben erkennt, ob wir ein Collision-Tag, sprich unseren Gegner oder unseren Spieler treffen und wenn ja, löschen wir die Kugel, unseren Laser. Das müssen wir auch wieder ändern, nämlich auf GameObject, SetActive, False. Damit wandert das Objekt automatisch wieder in den Pool zurück. Da wir diesen Laser sowohl für den Spieler als auch für den Gegner benutzen, prüfen wir jetzt, ob eben ein Enemy-Controller gefunden wurde und anstatt des Zerstören dieses Objektes werden wir es jetzt auch einfach eben wieder deaktivieren. Wir haben jetzt hier noch einen Effekt drin, den wir auch erstellen und zerstören. Den habe ich jetzt einfach mal weggelassen. Es wäre einfach nur eine Erweiterung um das jetzige Skript, um eben das Poolen von Effekten. Das lassen wir jetzt einfach hier mal weg. Das könnt ihr natürlich gerne als Hausaufgabe einfach machen. Auch hier gibt es eine Update-Methode, die prüft, ob wir den unteren Rand des Bildschirms erreicht haben und zerstören dann das Objekt. Allerdings werden wir auch hier ändern, dass das Objekt nicht zerstört wird, sondern auch hier wird es auf Active, False gesetzt. Zu guter Letzt gibt es noch diesen Laser-Shooter. Der kümmert sich darum, dass ein Laser-Objekt geschossen werden kann. Der braucht jetzt zwei Dinge, die geändert werden. Zum einen hat er zuvor den Laser selber referenziert. Das werden wir jetzt einfach mal über ein Public String Laser Name ändern, denn wir müssen den Objekt-Pool ja eben mit dem Namen ansprechen und nicht mehr mit einem Game-Objekt. Hier unten bei Do Shoot wird das Ganze instanziiert. Das ändern wir jetzt auch mal zurück in die Nutzung des Objekt-Pools, nämlich wir machen eine Ware. Instance ist der Objekt-Pool Manager. Instance, nicht Instantiate, sondern Instance.get und zwar den Laser Name. Auch hier, falls wir eine Instanz bekommen aus diesem Objekt-Pool, dann setzen wir jetzt Instance.transform.position auf die Startposition unseres Lasers und aktivieren dann diese Instanz. Set Active auf True und löschen dann eben das Instantiate weg, was zuvor hier noch drin war. Soweit? So gut. Jetzt haben wir unseren Code vorbereitet, damit eben der Objekt-Pool an sich genutzt werden kann. Welche Objekt-Pools es gibt, das können wir jetzt in Unity komfortabel im Editor einstellen. Zurück in Unity legen wir jetzt ein neues, leeres Game-Objekt an und wir nennen das ganze Ding jetzt eben den Objekt-Pool-Manager. Ich reset einmal den Transform und wir fügen jetzt hier unseren Objekt-Pool-Manager hinzu. Jetzt sehen wir hier, dass wir ein Feld haben, nämlich Pools und wir haben drei Stück, die wir jetzt benutzen möchten. Wir klappen hier einfach alle dreimal auf. In unserem ersten Objekt-Pool werden wir alle Gegner vorwärmen. Es gibt hier ein Prefab, den Enemy. Wenn alles Mögliche gespawnt ist, dann haben wir ungefähr 60 dieser Gegnerschiffe auf dem Bildschirm. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal mehr als 60 oder wir wollen genau 60 Objekte schon mal vorerzeugen und der Name ist jetzt eben Enemy. Das Gleiche wollen wir mit den Laser-Objekten auch machen. Es gibt ein Laser Green und ein Laser Blue, nämlich den Laser Blue, den der Spieler schießt. Den brauchen wir nicht ganz so oft. Da reicht es wahrscheinlich, wenn wir mal 40 dieser Laser vorwärmen. Hier müssen wir natürlich CanExpand checken, denn falls wir mal mehr als 40 Kugeln oder 40 Laser geschossen haben, wollen wir natürlich trotzdem immer noch Laser schießen können, auch wenn wir keine Objekte mehr im Pool haben. Und durch dieses CanExpand wird eben unser Pool dann erweitert. Als Name nutzen wir einmal Laser Blue. Das dritte Element, das sind jetzt die grünen Laser. Hier wählen wir eben einmal Laser Green aus. Hiervon brauchen wir tatsächlich eine ganze Menge. Wir haben ungefähr 60 Schiffe auf dem Schirm. Alle Schiffe schießen in 0,8 Sekunden Abständen. Das heißt, wir brauchen mindestens mal 250 Objekte, damit hier geschossen werden kann. Und auch den lassen wir erweitern, falls die Objekte einfach nicht reichen. Das Ganze nennen wir dann einfach Laser Green. Zu guter Letzt müssen wir jetzt in unseren Gegner und in unserem Spieler noch mitteilen, welcher Laser geschossen werden soll. Ich hatte hierzu dieses Laser-Souter-Skript und da den Laser-Namen. In dem Fall wollen wir bei einem Gegner eben den Laser Green schießen. Und beim Player wähle ich jetzt einfach mal den Laser Blue aus. Wenn wir jetzt das Spiel einmal starten, beobachten wir folgendes. Auch wenn wir noch nicht auf den Startknopf hier drücken, sehen wir jetzt auf der linken Seite, wie schon einen ganzen Haufen Objekte angelegt werden. Auch hier unten in unserer Debug-Ausgabe sehen wir, dass unser Objekt Pool vorgewärmt wird. Man sieht es jetzt hier schon. In dem Fall loggen wir es raus. Man könnte jetzt aber eben auch einen Ladebildschirm machen und eine nette Ladeanimation plus einen netten Ladetext für den Spieler eben anzeigen. Hier in der Zwischenzeit wurden alle Objekte erzeugt. Wir haben jetzt hier eine ganze Liste von Lasern, die schon vorerzeugt wurden und einige Gegner. Spannend ist jetzt natürlich, wenn wir dieses Spiel starten, dann werden unsere Objekte benutzt. Wir sehen jetzt hier einen ganzen Haufen Objekte, die aktiviert werden, die deaktiviert werden. Es werden keine neuen Objekte hier unten erzeugt, sondern eben aus unserem Pool verwendet. Zwischendurch sieht man natürlich auch wieder, dass manche deaktiviert werden. Das sind natürlich die, die hier unten am unteren Bildschirmrand herauslaufen. Interessant ist jetzt allerdings, wenn wir mal auf unsere FPS gucken, erinnern wir uns daran, dass wir vorhin ja so 360, 370, 380 FPS im Editor hier hatten. Jetzt sind wir hier bei 410, 420, 430 FPS und die natürlich auch relativ stabil. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Editor-FPS nur eine sehr, sehr grobe Auskunft sind über die aktuelle Performance des tatsächlichen Spiels, da ja noch sehr viel Editor-Code mitläuft. Aber je höher unsere FPS im Editor, desto höher sind unsere FPS in der gebauten Variante des Spiels natürlich auch. Sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt mit ein paar Zeilen Code und zwei kleinen Klassen, es erreicht, dass wir wiederverwendbare Objekte haben, die wir nicht immer zur Laufzeit anlegen müssen, sondern eben dann genutzt werden, wenn sie gebraucht werden, auf Basis von den Objekten, die wir bereits in unserer Hierarchie erzeugt haben. Plus, wir haben einen richtig schönen Performance-Gewinn. Jetzt hat sich das System eingependelt. Wir sehen jetzt, wir sind bei 440, 450 FPS herum, sprich, das sind schon mal 70 FPS mehr als zuvor. Das ist eine ziemlich coole Steigerung. Wow, jetzt haben wir gesehen, wie man mit ein ganz kleines bisschen Code ein Objektpooling in Unity bauen kann. Und es hat sogar dazu geführt, dass wir im Editor sogar 60 FPS, 60, 70 FPS mehr hatten. Das heißt, in unserem normalen Spiel, wenn wir es gebaut haben, wird es natürlich auch deutlich performanter sein. Ich würde euch daher raten, schaut euch mal an, wenn ihr solche Legspikes in euren Anwendungen selber habt, einfach mal ein Objektpooling einzusetzen und zu schauen, ob es denn nicht dadurch besser werden kann. Ihr könnt auch hier den Unity-Profiler nutzen, um beispielsweise herauszufinden, ob die Legspikes durch die Instanzierung von Objekten kommt. Auf eine Sache möchte ich euch noch hinweisen. Ihr nutzt höchstwahrscheinlich oft die Start- und Destroy-Methoden von euren GameObjects. Hier müsst ihr schauen, ob ihr diese Dinge nicht eher in OnEnable und OnDisable verschiebt, da eure Objekte ja nur einmalig instanziiert und einmalig zerstört werden, aber OnEnable und OnDisable dann aufgerufen werden, wenn die Objekte benutzt und nicht mehr benutzt werden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch gerne mal auf Patreon vorbei. Und vergesst natürlich nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, klickt dazu unten auf den Subscribe-Button und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, sodass ihr eine Notification bekommt, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Nächste Woche ist dann der Chris wieder dran, das heißt, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ciao, macht's gut.